Hm. Das war aber wirklich ganz köstlich, Oma. Ja, finde ich auch. Und ganz besonders der Obstsalat. Nein, nein, lass nur. Opa und ich werden abräumen. Das ist lieb von euch. Theo, du bist doch jetzt auch fertig. Zeit fürs Bett? Okay, ist gut. Los, wer zuerst im Badezimmer ist. Hey, Pock, du schummist. Du bist ja schon vorgeflogen. Ja, ist ja gut. Du hast gewonnen. Jetzt gib doch bloß nicht so an, okay? Ich werde dir gleich mal was zeigen. Etwas ganz, ganz Wichtiges. Pass gut auf. Siehst du? So spare ich nämlich Wasser. Die Lehrerin hat heute mit uns über Wasser gesprochen. Dass es sehr, sehr kostbar ist. Und dass wir immer darauf achten sollten, so viel wie möglich zu sparen. Wir sollten auf gar keinen Fall Wasser verschwenden. Theo? Ja, Mama? Bist du mit dem Zähneputzen fertig? Mhm. Dann kannst du ja Oma und Opa jetzt Gute Nacht sagen. Ja, das mache ich. Ja. Gute Nacht, Oma. Gute Nacht. Opa! Was ist denn los? Du verschwendest ja Wasser. Weißt du denn gar nicht, wie kostbar das Wasser ist? Ups. Ja klar, Theo. Natürlich wissen wir das. Das haben wir wohl, tja, das haben wir beide wohl vergessen. Aber von heute an werden wir immer daran denken. Bist du fertig, Theo? Ja. Und ihr werdet auch ganz bestimmt nicht mehr vergessen, das Wasser kostbar ist. Versprochen. Hm. Aber hast du nicht gerade was vergessen? Oh. Gute Nacht, Opa. Gute Nacht, Theo. Gute Nacht, Oma. Schlaf schön. Gute Nacht. Gute Nacht, Theo. Nacht, Mama. Und träum was Schönes. Gute Nacht, Pock. Hm. 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 Hey, hörst du das auch, Pock? Ich hab das Gefühl, dass da noch irgendjemand vergessen hat, wie kostbar das Wasser ist, oder? Was können wir denn dagegen tun? Ach, ich weiß was. Ich brauch jetzt meinen Eimer. Ja. Ja. Einen Eimer-Tag, Theo? Ja. Weil Wasser doch etwas sehr kostbares ist und daran sollt ihr immer denken. Und darum soll man auch immer ganz sparsam damit umgehen. Hm. Hm. Wir sollten wirklich kein Wasser verschwenden. Ja, ja, das ist wahr. Da hat Theo ganz recht. Ja, wir müssen sparsamer damit umgehen. Schon klar, aber wie soll der Eimer-Tag funktionieren? Ich sag's euch. Also ich werde mit meinem Eimer auf der Treppe warten. Und ihr müsst einfach nur Eimer rufen, wenn ihr Wasser braucht. Dann komm ich und geb euch genauso viel, wie ihr braucht. Und keinen Tropfen mehr, okay? Ist gut, wir rufen einfach nur Eimer. Das ist gar nicht schwer. Und sehr clever. Ich bin wirklich sehr stolz auf dich, mein Junge. Und wann wollen wir anfangen? Na sofort. Könntest du bitte den Eimer für mich auffüllen, Oma? Mit dem größten Vergnügen. So, bitte sehr. Dankeschön. Seid ihr bereit für den Eimer-Tag? Ja, wir können's kaum noch erwarten. Juhu! Pass auf, du hast da... Nein, sei still. Wir wollen den Kleinen doch nicht bei seiner Mission unterbrechen, oder? Natürlich nicht. Hm. Was ist los? Will denn hier überhaupt keiner Wasser haben? Einer! Hm? Hm. 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 Siehst du? Keine Verschwendung. Ja, wundervoll. Einmal. Entschuldige bitte, ich muss gehen. Nein, nein, erst muss ich mich noch bei dir bedanken. Also bis nachher. Oh. Sei doch so nett. Danke. Einmal. Einmal. Oh. Ach, Zeo, würdest du mir bitte ein bisschen Wasser da reinschütten? Einer. Aber Zeo, ähm... Ich komme. Ich bin mir da. Ich bin mir da. Ich bin mir da. Ich bin mir da. Na, ist die Luft rein? Ja. Oh, oh. Ich hab gar kein Wasser mehr. Ihr beide seid ja heute Morgen sehr beschäftigt, du und dein Eimer. Dein Eimertag ist eine ganz wunderbare Idee. Gut gemacht. Von heute an wird bei uns zu Hause niemand mehr Wasser verschwenden. Ich geh mal in die Küche und fill den Eimer auf. Ich bin gleich wieder da. Oh, halt, Vorsicht. Hä? Hä? Hey, was macht ihr denn da mit den vielen Eimern? Hm. Und wo kommt das ganze Wasser her? Hm? Hm, na ja, weißt du, Theo, ich möchte es mal so sagen. Du hast hier und da ein bisschen Wasser verschüttet und das haben wir aufwischen müssen. Das bedeutet, dass ich also ganz viel Wasser verschwendet hab. Mein Eimertag war dann ja reine Zeitverschwendung. Nein, das stimmt doch gar nicht. Das war keine Zeitverschwendung. Das war eine tolle Idee. Genial. Du hattest eine sehr gute Idee und hast hart mit deinem Eimer gearbeitet. Wir sind ausgesprochen stolz auf dich. Theo? Soll ich deinen schweren Eimer tragen? Oh. Nein, nicht nötig. Der Eimertag ist schon vorbei. Es hat nicht funktioniert. Hm. Das sehe ich ganz anders. Darf ich mal? Gut. Also das war genau die richtige Menge, um meine Tomaten zu gießen. Na, fällt dir was auf? Du hast hier wirklich keinen Tropfen Wasser verschwendet. Ist ja toll! Und wir alle haben gelernt, sparsam mit dem Wasser umzugehen. Stimmt doch, oder? Das haben wir Theo und seinem Eimer zu verdanken. So, und nun schön in Ruhe Zeitung lesen. Opa! Opa! Rate mal, was ich für ein neues Schulprojekt hab. Du hast ein neues Schulprojekt? Zeig mal. Ähm, wissenschaftliche Recherche. Genau, wissenschaftliche Recherche für junge Zebras in vier einfachen Schritten. Erstens, such dir ein Thema für deine Recherche. Zweitens, stell Beobachtungen zu deinem Thema an. Drittens, notier immer gleich deine Beobachtung. Und viertens, ähm, äh... Viertens, vergleiche deine Beobachtungen und sag uns allen, was du gelernt hast. Ja, richtig. Also, ich bin jetzt ein Wissenschaftler, Opa. Hahaha, ja, das bist du. Also, Herr Wissenschaftler, dann fangen Sie mal mit Ihren Recherchen an. Gut, dann beginne ich jetzt mit Schritt 1. Ich suche mir ein Thema für meine Recherche. Hm? Was ist das? Deine Oma ist gerade dabei, Staub zu saugen. Dann gehe ich jetzt mal in mein Zimmer und denke nach. Gut. Zum Nachdenken brauchen Wissenschaftler immer absolute Ruhe. Okay, also ich glaube, ich mache jetzt eine Recherche über, ähm, hm... Schatz, ich gehe jetzt mit Taffi in den Park zum Job. Ist gut, bis später. So ein Käse, jetzt habe ich meine Idee vergessen. Hm. Hm. Schatz, wo sind denn die Handtücher? Ah, shh. Sei leise. Theo arbeitet gerade an seinem Schulprojekt. Dazu braucht er absolute Ruhe. Ach so, verstehe. So, eine noch. Und los. Oh. Oh, oh. Wir dürfen nicht zu laut sein. Theo denkt gerade nach. Oh, dann wollen wir unseren jungen Wissenschaftler auf keinen Fall stören. Dann sage ich mal sofort Mama und Uroma Bescheid. Mhm. Das musst du dir anhören. So eine kraftvolle Stimme habe ich wirklich noch nie gehört. Oh. Theo muss sich konzentrieren. Oh, was soll das? Wieso hast du ausgeschaltet? Theo, der Wissenschaftler, arbeitet gerade und braucht seine Ruhe. Ach so, ja, das verstehe ich natürlich. Hier, setz die bitte auf. Oh. Hm. Der einfache Schritt Nummer eins ist gar nicht so einfach. Oh, Zafir, leg dir wirklich ein ganz schönes Tempo vor. Oh, ich bin ja so fertig. Hey, jetzt habe ich eine Idee. Ich könnte doch einfach eine Recherche über Scannen machen. Das ist wirklich eine gute Idee, Theo. Keiner weiß so ganz genau, wodurch das Scannen verursacht wird. Wenn du das rauskriegst, dann hast du eine wissenschaftlich spektakuläre Entdeckung gemacht. Ja, Theo, der Wissenschaftler, wird eine Antwort auf die folgende Frage finden. Aus welchem Grund gähne Zebras? Ich finde, dass das für einen jungen Wissenschaftler ein sehr schwieriges Thema ist. Ich komme zum einfachen Schritt Nummer zwei. Ich stelle Beobachtungen zu meinem Thema an. Ich habe mir eine Tabelle angelegt. In die werde ich genau eintragen, wann und wo und wie lang jemand gähnt. Dann würde ich dir jetzt mal vorschlagen, dir ein paar Testpersonen zu suchen. Klasse, danke, Opa. Wer will die Testperson sein? Ich. Ich auch. Ich auch. Darf ich zuerst rankommen? Ich glaube, das wird riesigen Spaß machen. Oder? Gut, dann wollen wir mal anfangen. Zeit fürs Abendessen. Der einfache Schritt Nummer zwei wird nun wohl bis morgen warten müssen. Schade. Also, ich hätte ja ein paar Sachen in der Werkstatt, die dir helfen würden. Ich habe sie doch in diese Kiste gepackt, das weiß ich genau. Ach, da sind sie ja. Hey, die Sachen kann ich wirklich gut brauchen. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr gut. Und können wir den Tisch vielleicht auch verschieben, Opa? Ja, das ist echt ein ganz perfekter Gähn-Beobachtungsposten. Papa! Bin schon da. Bereit zum Gähnen? Ja, bereit. Hast du nicht das Gefühl, Gähn zu müssen? Nein, noch nicht. Vielleicht sitzt du nicht bequem genug. Oh, ähm. Oh. Oh. Hallo? Zafir. War es heute? Ach so, ja. Ich werde gleich mal rüberkommen, sicher. Es tut mir leid, Theo. Ich muss Onkel Zafir in der Galerie helfen. Das hatte ich ja völlig vergessen. Oh, ja, okay. Musst du gleich gehen, Uroma? Oh, nein. Na, vielleicht würde leise Musik ja helfen. Ja, das probieren wir mal. Uroma? Oh. Für dich ist dein Paket angekommen. Würdest du mal unterschreiben? Ach so, ja. Ah, das ist bestimmt mein neuer Hut. Also entschuldige, Theo. Ich bin mir ganz sicher, dass ich von Oma ein dickes Gähnen kriege. Ach, Oma muss auch nicht gähnen. Tja, das dauert eben. Ein Wissenschaftler muss Geduld haben. Vielleicht hilft es, wenn du die Augen zumachst und an was Beruhigendes denkst. Ich versuche es. Oh, Halt, das ist meine Ofenuhr. Ich muss den Kuchen rausnehmen, bevor er anbrennt. Ja, natürlich. Halt, warte. Theo? Ich habe das Regal, das so gewackelt hat, repariert. Es müsste jetzt eigentlich stabil sein. Oh, nein. Ach man, ich habe kein einziges Gähnen bekommen. Danke, Pock. Aber ich muss doch echtes Gähnen untersuchen. Und wenn alle immer wegrennen, kann das ja nicht klappen. Wie wäre es denn, wenn du deinen Beobachtungsposten mal verlassen würdest? Dann kannst du den Testpersonen nachlaufen und hättest alles unter Kontrolle. Ja, gute Idee. Ja, bitte. Ja. Tschüss. Hm. 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 Na, Herr Wissenschaftler, wie laufen denn die Recherchen? Wie viele Gähner konnten Sie denn untersuchen? Ist die Recherche fertig? Also warum Gähnen-Zebras denn nun? Ich weiß es nicht. Es hat ja keiner gegähnt. Ach, Oren? Opa und ich haben uns den ganzen Tag Mühe gegeben. Und jetzt bin ich müde. Mir geht's genauso. Hey, ich hab gegähnt. Ja, genau. Und? Wie war ich? Toll, danke, Opa. Nein, das ging zu schnell. Nein, warte. Halt, nicht zu schnell. Hast du immer noch nicht genug Gähner zusammen? Hm. Ich konnte leider nur das Gähnen von Opa messen. Und ein Gähner reicht einfach nicht aus, um zu dem einfachen Schritt vier zu kommen. Vergleiche deine Beobachtungen und sag uns allen, was du gelernt hast. Nun, mach dir mal keine Sorgen. Wir können's morgen nochmal versuchen. Oh. Nicht nötig. Theo, der Wissenschaftler, hat zwar nicht rausbekommen, warum die Zebras gähnen. Aber dafür hat er etwas anderes festgestellt. Gähnen ist ansteckend. Da hast du völlig recht. So viel steht fest. Da kann ich dir nur gratulieren. Herzlichen Glückwunsch. Ach, du bist doch wirklich ein großer Wissenschaftler. Komm, mein Küssch. Schön trinken, kleiner Farn. Du sollst doch kein Durst haben. Morgen kommt Elsie aus dem Urlaub zurück. Und ich will nicht, dass sie denkt, dass ich mich nicht um dich gekümmert hab. Na klar, Pock. Du hast mitgeholfen. Also, der Farn von Elsie sieht aber wirklich sehr gut aus. Sie hätte sich gar nicht besser darum kümmern können. Na, was wollen wir denn heute unternehmen? Im Wetterbericht wurde gesagt, dass es sehr heiß wird. Wollen wir vielleicht in den Park gehen? Ja, sehr gern. Komm mit, Pock. Wollen wir mal sehen, ob Elsies Farn seit gestern gewachsen ist. Das kann nicht sein. Der ist ja ganz trocken. Guten Morgen, Theo. Meine Güte. Was ist denn mit dem Farn? Keine Ahnung, Opa. Gestern ging's ihm noch gut. Elsie wird heute Nachmittag zurückkommen. Ich weiß nicht, wie ich's ihr sagen soll. Das weiß ich auch nicht. Der Farn sieht wirklich nicht sehr gut aus. Ich denke, es wäre das Beste, wenn wir ihr eine neue Pflanze kaufen würden. Das wär für sie nicht dasselbe, Opa. Ja, das stimmt aber. Es würde sie trösten. Komm, wir sehen im Garten nach, ob wir da was finden. Vielleicht haben wir da ja sogar Farn. Ja, ist gut, Opa. Ja, Pock, die Pflanze sieht sehr hübsch aus. Aber sie ist ein bisschen zu groß. Ich könnte einen Ableger davon nehmen, aber diese Pflanze fühlt sich in einem Topf nicht sehr wohl. Sie braucht sehr viel Platz. Ach so, ich verstehe. Vielleicht eine Rose. Elsie mag gelb. Vorsicht, piekst dich nicht an den Dornen. Hm. Vielleicht kriege ich bei Mr. Zui für Elsie eine Pflanze ohne Dornen. Gute Idee, Theo. Wir gehen gleich mal hin. Die sind schön. Ja, ich finde diese Kakteen auch schön. Aber sie haben sehr viele Dornen. Hm. Also, den schenken wir Elsie lieber nicht, Opa. Das machen wir nicht. Du scheinst eine Vorliebe für Pflanzen mit Dornen zu haben, Theo. Also, ich glaube, hier finden wir nichts für Elsie. Äh, äh. Gehen wir doch mal in Onkel Zafjes Laden. Gute Idee, Theo. Wiedersehen, Mr. Zui. Danke. Tschüss. Viel Glück. Die ist aber wirklich Großtante Zelda. Ja, das ist richtig. Das ist ja auch ein Fensterblatt. Und zwar ein junges. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie groß die noch wird. Aber wenn du etwas Kleines suchst, dann hätte ich vielleicht das Richtige für dich. Wie wäre es damit? Ein Bonsai. Die sind gerade sehr beliebt. Ähm, die sehen zwar schön aus, Tante Zelda, aber ich würde gerne eine Pflanze haben. Und nicht gleich einen Baum. Wir wollen nur etwas ganz Kleines und Einfaches haben. Tja, dann wäre vielleicht die da das Richtige für euch. Die verkaufe ich aber nicht. Sie ist nur Dekoration. Aber ich könnte euch einen Ableger schenken. Ja, die würde Elsie sicher gefallen. So, bitteschön. Danke, Tante Zelda. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Und jetzt brauchst du dafür natürlich noch einen Topf. Wir haben gerade ein paar neue reinbekommen. Wie findest du den, Opa? Den finde ich sehr gut. Er passt auch dazu. Dankeschön, Opa. Willkommen zu Hause, Elsie. Ich hoffe, dass du ganz, ganz tolle Ferien hattest. Sehr gut. Ich glaube, darüber wird sich Elsie sehr freuen. Gleich werden wir es wissen. Das isst sie bestimmt schon. Ja, das denke ich auch. Die esse ich am liebsten. Es gibt nichts Besseres als frische, reife Erdbeeren. Die habe ich erst heute Morgen gepflückt. Mh, lecker. Ich habe dir ein Geschenk mitgebracht. Oh, ein Looping-Puzzle. Dankeschön, Elsie. Das ist, ähm, aber ganz schön knifflig. Du puzzelst doch so gern, oder? Und? Was macht mein Fan, Zeo? Ist der gewachsen? Oh, ähm, nicht sehr viel. Äh, ich weiß nicht, was ich hier sagen soll. Ein Geschenk habe ich auch noch bekommen. Es wird alles gut. Nun, sag es ihr. Ähm, ich habe eine Karte für dich. Echt? Die ist für mich, Zeo? Hallo, Elsie. Ich hoffe, dass du ganz, ganz tolle Ferien hattest. Dankeschön. Die hatte ich. Es ist aber auch schön, wieder hier zu sein. Finde ich auch. Ich, ähm, hol mal deinen Fahnen. Oh, aber ich würde so gern auch deine Urlaubsfotos sehen. Habt ihr viele gemacht? Oh ja, eine ganze Menge. Die sind ja toll. Das war wohl ein super Urlaub. Ja, das ist wahr. Aber jetzt müssen wir mal nach Hause und die Koffer auspacken, Elsie. Ja, Mama. Könnte ich jetzt mein Fahnen haben? Äh, tja, na ja, weißt du. Was ist denn los? Dein Fahnen ist, äh... Hey, Zeo, was ist denn damit passiert? Du wolltest dich doch um ihn kümmern. Das habe ich ja auch. Hab ich wirklich. Ich habe ihn gegossen und ich habe dafür gesorgt, dass er ganz viel Sonne abkriegt. Ich weiß nicht, was passiert ist. Oh. Es tut mir wirklich sehr leid. Gestern ging es ihm noch gut. Hä? Ja, da hat er recht. Aber heute Morgen... Entschuldigung, ja? Ich weiß, dass du das nicht mit Absicht gemacht hast, aber... Das ist meine Schuld und darum habe ich was für dich. Das soll ein kleiner Trost sein. Hier, die ist für dich. Hm, danke schön. Oh, das ist aber wirklich eine sehr hübsche Pflanze, Zeo. Findest du nicht auch, Elsie? Ja, die ist wirklich sehr schön. Danke, Zeo. Es hat etwas gedauert, bis wir die richtige gefunden haben und den Topfer Zeo ausgesucht. Es ist zwar nicht dasselbe wie mein Fan, Zeo, aber das ist echt sehr nett von dir. Ich wollte was Schönes für dich. So, was haltet ihr von einem Glas selbstgemachter Limonade? Au, ja, das wäre toll. Also für mich bitte nur ein Glas Wasser, danke schön. Und dann müssen wir nach Hause gehen und auspacken. Ein Glas Wasser und ein Glas Limonade werden sofort serviert. Ich helfe dir, Opa. Vielleicht ist dein Fan krank geworden, weil er Sehnsucht nach dir hatte. Nein, das glaube ich nicht. Also der ist ja wirklich völlig verschrumpelt. Deine Limonade. Danke. Hier ist das Glas Wasser. Oh. Oh, das tut mir aber leid. Seht doch mal. Oh. Mein Farn, der sieht ja wieder prächtig aus. Das ist ja faszinierend. Ein Wunder der Natur. Aber er war doch vertrocknet. Wieso hat er so frische Farbe bekommen und so schnell? Ja, das ist seltsam. Allerdings, wisst ihr, irgendwo habe ich mal was über eine Farnsorte gelesen. Lass uns gleich mal auf dem Tablet nachsehen, Theo. Dann wissen wir mehr. Ja, gute Idee. Ihr könnt meins nehmen. Dankeschön. Also sehen wir mal nach. Okay, Farn. Da, der sieht aus wie Elsies Farn. Ja, genau. Wisst ihr was? Es handelt sich dabei um eine sogenannte Auferstehungspflanze. Hier steht, dass wenn diese Art von Farn in große Hitze gerät, versucht sie Wasser anzusammeln, indem sie die Blätter zusammenrollt. Ach, dann ging es meinem Farn also gut. Er hatte einfach Durst. Ja. Er hat gestern am Wohnzimmerfenster gestanden. Und es war ein sehr sonniger Tag. Weißt du noch, Opa? Und darum ist ihm einfach heiß geworden. Ja, ganz genau, Theo. Er hat sich zusammengerollt, um Wasser zu sparen. Und wir dachten schon, er wäre hinüber. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Hey, weißt du was? Du behältst diese Pflanze und ich nehme meinen Farn wieder mit. Gut, und ich nehme mir noch eine Erdbeere, wenn niemand was dagegen hat. Ja. Und Pock kriegt auch eine. Ja. So und so. Ja. Oma, Oma. Ratet mal, wer für seinen Aufsatz eine Eins bekommen hat. Lass mich mal nachdenken. Wer könnte das sein? Ich. Wir sollten einen Aufsatz über unseren schönsten Tag schreiben. Also, das freut mich aber. Hm. Das hast du wirklich sehr gut gemacht. Und? Hast du über einen bestimmten Tag geschrieben oder hast du dir einen ausgedacht? Ich hab mir einen ausgedacht. Großartig. Vorschlag. Was hältst du davon, wenn wir diesen Tag einfach nachstellen? Oh ja. Das machen wir gleich morgen. Ja, ist gut. Und was hast du alles vor? Oh, da hast du dir aber wirklich sehr viel vorgenommen. Ja, ich weiß. Und? Wollt ihr mir helfen? Na ja. Ich weiß nicht so richtig. Ja, ist gut. Wir sind dabei. Ja. Das Erste, das ich an meinem allerschönsten Tag machen möchte, ist Biskuitröllchen backen. Aber noch viel bessere als die in meinem Aufsatz. Oh ja, das macht Spaß. Also, sehr schön. Und nun musst du zwei Tassen Mehl hinzugeben. Mhm. Ähm, sollten es nicht vier Tassen Mehl sein? Na ja, dann nehmen wir doch einfach drei Tassen. Azi. Du solltest ein kleines bisschen schneller rühren, sonst wird der Teig klumpig. Nur ein bisschen schneller. So macht man das. Oh nein, das ist falsch. Man rührt immer nur ganz langsam, sonst wird der Teig viel zu flüssig. Aha. Dann, ähm, ist das so richtig? Ja. Ja. So, gleich fertig. Als nächstes muss der Teig für zehn Minuten in den Ofen geschoben werden. Nein, für 20 Minuten. Hm? Und wären 15 Minuten auch okay? Ähm, tja. Hm, der riecht aber sehr gut. Und nun werden wir ihn schön mit Marmelade bestreichen. Danach kannst du ihn endlich einrollen. Ist gut. Das macht Spaß. Das ist ja wie beim Malen. Das war's. Ich bin fertig. Gut, der Teig ist abgekühlt. Dann kannst du ihn jetzt ja endlich einrollen, Theo. Ja. Oh nein. Der ist zu trocken. Oh ja, das ist richtig. Aber er schmeckt gut. Und das ist wichtig. Aber ich wollte eine perfekte Biskuitrolle für den allerschönsten Tag. Und das ist schief gegangen. Oh. Hm. Das ist doch halb so wild. Wir werden sie einfach Biskuitflunder nennen. Hm. Lass es uns gleich nochmal versuchen. Das geht nicht. Ich muss weg, weil ich mit Opa noch was bauen will. Hm. Opa, können wir ein Segelflugzeug bauen? So eins wie in meinem Aufsatz? Vorher muss ich aber noch was fertig machen. Hilfst du mir dabei? Ähm, na gut. Also, dann halt die beiden Bretter mal fest, während ich die Schrauben reindrehe. Okay. Die sind schwerer, als sie aussehen. Du, Opa, was wird denn das hier? Das ist eine Überraschung. So, und jetzt kümmern wir uns mal um diese Bretter hier. In Ordnung, Opa. Naja, ich helfe ihm ja gern, aber eine große Hilfe bin ich nicht, oder? Zeo, wollen wir einen Ausflug machen und Fische fangen? So wie in deinem Aufsatz? Äh, eigentlich bin ich gerade dabei, Opa zu helfen. Du kannst ruhig gehen. Ich komme jetzt wieder allein, klar. Das Schwierigste ist ja schon getan. Ist gut, das Flugzeug können wir ja später bauen. Na komm mit, Pock. Wir werden heute ganz viele Fische sehen. Und Oktopusse und Seesterne. Viel Spaß. Danke. Jetzt sind wir schon seit einer Ewigkeit hier und haben noch nichts gefangen. Psst. Willst du etwa die Fische verjagen? Aber hier gibt es doch gar keine Fische. Ist doch nicht schlimm. Hauptsache wir haben zusammen Spaß. Ist doch egal, wie viele Fische wir fangen. Aber wenn es wie in meinem Aufsatz laufen würde, hätten wir zwei Krebse und fünf Fische und zwei Seesterne und noch ein Oktopus. Aber wir beide haben gar nichts gefangen. Da unten scheint irgendwas zu sein. Hm. Vorsicht, wir wollen es doch nicht verscheuchen. Hm. Na du? Ja, nicht gerade das, was wir uns vorgestellt haben. Hm. Also in meinem Aufsatz über den allerschönsten Tag habe ich über Basecaps nichts geschrieben. Und ich dachte echt, dass das mein allerschönster Tag wird. So wie in meinem Aufsatz. Weißt du, Zeo, es kann doch nicht immer alles nach Plan laufen. Das ist eben so. Okay. Wenn du dir einen schönen Tag machen willst, dann lass einfach alles auf dich zukommen. Hm. Oh. Zeo. Willst du mit uns spielen? Oh ja. Wir brauchen noch jemanden, der das Seil hält. Na ja, ich, ähm, ich hab da noch was zu tun. Du solltest deinen Aufsatz jetzt mal vergessen. Wie gesagt, lass alles auf dich zukommen. Aber im Seilspringen bin ich nicht gut. Du kannst es doch mal versuchen. Das würde dich vielleicht auch von deinem Aufsatz ablenken. Haha. Ist gut. Ich komm mit. Hm. 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 Also, was soll ich denn jetzt machen? Hier. Und jetzt musst du mit mir das Seil rumschwingen. Haha. Wow, das war gut. Hahaha. Willst du es mal versuchen? Hm. Na gut. Hm. 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 Los, weiter, Zeo. Mach andere Sprünge. Ist gut, Pock. Ich versuch's. Klasse. Das war sehr gut. Oh ja, das war echt super. Hey, ich hätte nicht gedacht, dass mir das Spaß macht. Bis bald. Mach's gut. Toll, das hast du also gebaut, Opa. Ja, genau. Setz dich doch mal rein. Oh ja. Das gefällt mir. Und hier ist Platz für die ganze Familie. Ja, das ist richtig. Darum habe ich hier auch so eine große gebaut. Was macht ihr beide denn hier? Ich teste hier die Hollywood-Schaukel, die Opa gebaut hat. Oh, eine sehr gute Idee. Ich setz mich gleich mal zu dir. Oh, oh, oh. Oh, das ist lustig. Sie ist wirklich bequem. Ach, wie herrlich. Das habe ich gebraucht. Hier können wir zwei uns schön von unserem Ausflug ausruhen. Na, mein Junge, wie war dein allerschönster Tag? Na ja, er ist nicht so gelaufen, wie es eigentlich mein Plan war. Aber ein schöner Tag war es doch trotzdem, oder? Oh ja. Und ehrlich gesagt, war er schöner als im Aufsatz. Tatsächlich? Ja, ich habe Sachen gemacht, die gar nicht geplant waren. Und das war ganz toll. Dann ist dein allerschönster Tag also ein Tag voller Überraschungen? Nein, nicht ganz. Am allerschönsten Tag ist man mit der Familie und Freunden zusammen. Oh ja, das hast du sehr schön gesagt. Und mit euch allen ist mir jede Überraschung recht. Das ist Goldi, die Klassensonnenblume. Unsere Lehrerin hat mich dafür ausgesucht, mich dieses Wochenende um sie zu kümmern. Die ist schön, oder? Ach, guten Tag, Goldi. Das ist toll, See. Sie ist wirklich ganz entzückend. Das muss ich jetzt unbedingt allen erzählen. Mama! Oma! Uroma! Opa! Ach, hier bist du. Goldi wird das ganze Wochenende bei uns bleiben. Es ist mir ein großes Vergnügen, deine Bekanntschaft zu machen, Goldi. Wie geht's dir? Ach, hier, sieh mal, mein Junge. Der Hocker ist schon fast fertig. Meinst du, der gefällt Goldi? Hm. Ich könnte ihn ja grün und gelb für sie anmalen. Ja, der hat genau die richtige Größe. Auf dem wirst du's ganz gemütlich haben, Goldi. Das ist aber lieb von dir. Die Lehrerin hat gesagt, ich soll darauf achten, dass sie in der Sonne steht. Aber sie darf keinen Wind abbekommen. Mhm. Hier? Zu schattig. Hier? Nein, zu windig. Und hier ist die Aussicht nicht so schön. Ja, sag mal, und wie findest du es denn hier drüben? Hier steht sie schön in der Sonne und ist geschützt und sie hat einen wunderschönen Blick auf den ganzen Garten. Hm. Perfekt. Sieh mal, Opa. Es gefällt ihr hier sehr gut. Sie hält ihr Gesicht genau in die Sonne. Sie ist glücklich über diesen Platz. Oh, aber sieh doch mal ihren Topf an. Hm. Er ist nicht mehr neu und an einigen Stellen beschädigt. Aber, dass es nicht schlimmer ist, ist ja nicht völlig kaputt. Zeo? Wollen wir Ball spielen? Ja, genau. Geh ruhig ein bisschen mit Elsie spielen. Deiner Goldi geht's hier gut. Ja, ich geh jetzt mit Elsie spielen. Aber du brauchst keine Angst zu haben. Wir beide sind ganz in der Nähe. Du wirst uns immer sehen können. Elsie! Na los, nun mach schon, Elsie. Mal sehen, ob du den fängst. Hm. Oh nein! Hast du dir weh getan? Ups. Ach Goldi, wir wollten dich nicht erschrecken. Es ist doch nur ein Versehen gewesen. Es tut mir leid. Ist sie etwa verletzt? Nein, sie hat sich nur erschreckt. Hm. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich komme und ich werde dich finden. Hm. 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 Mach dir keine Sorgen. Das ist nur eine kleine Wolke. Bald scheint bestimmt wieder die Sonne. Zeo, du solltest dich doch verstecken. Jetzt musst du zählen. Und ich verstecke mich. Wir können nicht spielen, wenn du die ganze Zeit auf Goldi aufpasst. Hm. Sie ist zum ersten Mal aus dem Klassenzimmer rausgekommen. Hier ist doch alles vollkommen neu und fremd für sie. Sie braucht viel Liebe und Knuddeleinheiten. Oh, darauf wäre ich nicht gekommen. Zeo, essen! Ja, ich muss jetzt auch gehen. Auf Wiedersehen, Zeo. Bis dann, Goldi. Auf Wiedersehen, Elsie. Mama, ob Goldi gewachsen ist, weil sie heute Morgen in der Sonne gestanden hat? Ja, schon möglich. Du kannst ja nach dem Essen mit deinem Opa gleich mal nachsehen. Du kümmerst dich wirklich sehr gut um deine Blume. Hm. Opa, würdest du vielleicht heute Nachmittag mit mir zu Mr. Zoys Laden gehen? Ich möchte für Goldi einen neuen Topf kaufen. Es soll eine Überraschung sein. Oh, das ist wirklich eine sehr gute Idee. Oh, ich muss ja hier sitzen. Herzlichen Glückwunsch, Goldi. Du bist ein richtig großes Mädchen und kannst auch mal allein bleiben, denn ich gehe jetzt mit Opa einkaufen. Es wird nicht lange dauern. Bis dann, Goldi. Wir sind bald wieder da. Hallo, Mr. Zui. Haben Sie Blumentöpfe? Vielleicht auch besonders schöne? Aha! Du suchst also nach etwas ganz Besonderem. Ja, er ist für Goldi. Das ist meine Sonnenblume. Hm. Wie wäre es denn mit dem hier? Hm, ich weiß nicht so recht. Haben Sie vielleicht noch andere? Ich sehe mal nach. Und du glaubst, keiner von denen würde Goldi gefallen? Jetzt entscheide dich, Zui. Lass Mr. Zui nicht so lange warten. Was meinst du denn, Pop? Hm. Ich weiß, was Goldi gefällt. Und zwar einen Blumentopf mit lauter kleinen Sonnenblumen drauf. Es tut mir sehr leid, Zeo. Aber das hier sind alle Töpfe, die ich habe. Hm. Es ist noch lange kein Grund aufzugeben. Hier. Sieh mal, du kannst ihn doch selbst verzieren. Die kann ich draufkleben. Eine tolle Idee. Das wird Goldi gefallen. Mr. Zui, würden Sie den bitte als Geschenk verpacken? Mhm. Bitte beeil dich, Opa. Goldi wartet schon. Ah, Zeo, da bist du ja wieder. Du kannst mir gleich mal in der Küche helfen. Ja, aber kann ich Goldi noch vorher ihr Geschenk geben? Bitte. Goldi wird es nichts ausmachen, ein bisschen zu warten. Hm. Goldi, Goldi! Goldi! Oh nein! Ach, Goldi, du bist traurig geworden, weil ich dich heute den ganzen Nachmittag allein gelassen habe. Aber das wollte ich gar nicht. Ich konnte mich nicht entscheiden und dann hat das mit den Aufklebern so lange gedauert. Wie kann ich denn das nur wieder gut machen, Goldi? Oh, ach, ich weiß schon. Warte mal. Hm? 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 Was hat er denn mit dem Fruchtsaft vor? Das würde ich auch gern wissen. Oh, wirst du denn jemals wieder meine Freundin sein? Nein, mach dir keine Sorgen. Goldi geht es sehr gut. Sie schläft nur. Alle Sonnenblumen lassen abends die Köpfe hängen. Weißt du das auch genau? Aber ja, morgen früh, sobald die Sonne scheint, wird es sich wieder ganz aufrichten und dann wird sie sich sehr über dein Überraschungsgeschenk freuen. Gute Nacht, Goldi. Schlaf gut und träum was Schönes. Komm, Zeo. Du musst jetzt auch ins Bett. Papa! Hm? Papa! Meine Lehrerin hat mir einen goldenen Stern gegeben, weil ich mich so gut um Goldi gekümmert habe. Und sie hat mir versprochen, dass ich mich bald wieder um sie kümmern darf. Mama, Opa, Oma, Uroma, seht mal, ich habe einen goldenen Stern bekommen. Okay, Zeo, also vielleicht ein Erdferkel oder eine Antilope. Ganz falsch, Opa. Ich habe doch gesagt, dass das ein Tier sein muss, das ein Haus auf dem Rücken trägt. Ach so, davon gibt es aber nicht sehr viele. Hey, gerade ist mir eins eingefallen. Mal sehen, ob du errätst, welches ich meine. So, also, da muss ich jetzt mal überlegen. Es hat vier Füße und... Ach, eine Schildkröte. Da hast du richtig geraten, Opa. Hallo, Zeo. Oh, was ist das denn? Das ist meine Eimerschildkröte. Ich habe Opa das Tier gezeigt, das ich für mein Schulprojekt ausgesucht habe. Ich habe mir auch eine Schildkröte ausgesucht. Ich werde eine Schildkröte malen. Ach so, wenn du das schon machst, dann ist es ja langweilig. Wieso denn? Du kannst doch auch eine Schildkröte nehmen. Das mache ich nicht, Elsie. Ich werde mir was anderes einfallen lassen. Okay, ich habe noch sehr viel zu tun. Also dann bis später. Ja, bis später, Elsie. Hm, was soll ich denn nun machen? Ich werde jetzt mal reingehen, um nachzudenken. Aber Zeo, ich bin davon überzeugt, dass du ein Tier für dein Projekt finden wirst. Wie wäre es mit einer Wasserschildkröte? Nein, das macht Zack schon, weil er eine zu Hause hat. Ach, ich verstehe. Worin unterscheiden sich eine Wasserschildkröte und eine Schildkröte? Eine Wasserschildkröte kann an Land oder im Wasser leben. Aber eine Schildkröte lebt nur an Land, weißt du? Na ja, also ich bin mir ganz sicher, dass uns da etwas anderes einfällt. Eine Ameise. Ach nein, die lebt ja nur in einem Ameisenhügel. Wie dumm von mir. Hey, eine Biene. Nein, auch nicht. Die leben in einem Bienenstock. Ähm, ich habe eine Idee, Zeo. Wie wäre es mit einer Schnecke? Das ist doch die Lösung. Eine Schnecke. Na klar, die haben doch ihr Haus auf dem Rücken. Komm, wir suchen mal einen im Garten. Ich sehe hier gar keine. Die müssen ja sehr scheu sein. Ich weiß ganz genau, wo sie sich aufhalten. Na, komm mit, Zeo. Sie sind doch sonst immer hier. Das macht nichts. Ich weiß, wo sie sind. Und wo sind sie nun, Opa? Das werde ich dir zeigen. Ach, hier sind sie. Da, wo sie gar nichts sein sollten. Hey, sieh mal. Da ist eine. Mann, ist die groß. Das wundert mich kein bisschen. Sie isst ja auch all meine Blumen zum Frühstück. Ihr Haus sieht sehr hübsch aus. Ich werde schreiben, eine Schnecke gehört zu den ganz besonderen Tieren. Denn die Schnecke trägt ihr Haus auf dem Rücken. Das wird das allerbeste Projekt auf der ganzen Welt. Hallo, Zeo. Hallo, Opa. Guten Tag, Zinja. Hallo. Wir waren hier gerade in der Nähe. Ja, ich habe mir ein Schneckenbastelset gekauft. Ich will mir nämlich ein Schneckenmosaik für unser Schulprojekt machen. Du machst echt eine Schnecke? Ja, das war eine kluge Entscheidung von Zinja. Ja, sie ist ganz allein auf die Schnecke gekommen. Ja, aber ich wollte schon eine Schnecke machen. Na und das kannst du doch auch. Nein, das mache ich nicht, Zinja. Ich lasse mir was anderes einfallen. Na gut, wir müssen jetzt los. Zinja muss ja noch ihr Mosaik fertig kriegen. Viel Glück mit deinem Projekt, Zeo. Wir sehen uns dann später. Bis dann. Ach, Opa, jetzt fällt mir nur noch die Meeresschildkröte ein. Aber die lebt doch im Meer. Na, dann gehen wir doch mal zum Strand. Da werden wir eine suchen, Zeo. Und wenn wir da keine finden, dann sammeln wir einfach Muscheln und bringen sie deiner Mama mit. Ja, das machen wir. Da wird sich Mama bestimmt freuen. Hm, hier gibt's ja gar keine Schildkröten. Naja, vielleicht finden wir später eine, Zeo. Komm, wir suchen mal zwischen den Steinen. Vielleicht hat sich da eine versteckt. Hier gibt es schon ein paar Tiere, aber keine Schildkröte. Oh ja, ich sehe schon. Da ist ein Seepferdchen, ein Seestern und ein kleiner Krebs. Die sind ja auch alle ganz toll, aber es wäre mir lieber, wenn eins von ihnen ein Haus auf dem Rücken hätte. Das wäre sehr gut für mein Projekt. Naja, was soll's. Ich nehme die Schildkröte. Die werde ich dann wohl aus einem Buch abneuen müssen. Opa, wollen wir jetzt noch ein paar Muscheln sammeln? Ne gute Idee, Zeo. Du suchst welche für deine Mama und ich sammle ein paar für den Garten. Ist gut. Da drüben sind große Muscheln. Du Opa, sieh mal, ich bin ein Krebs. Ja, ich auch. Die mit den Streifen wird Mama gefallen. Ja, das denke ich auch. Wollen wir noch ein bisschen planschen, bevor wir gehen? Oh ja, tolle Idee. Die Muscheln holen wir nachher. Oh, ist das kalt. Puck will wohl lieber nicht kalte Füße bekommen. Jetzt werden wir mal die Muscheln holen. Ich muss ja noch mein Projekt fertig machen. Da hast du recht, Zeo. Oh, sieh mal. Wo ist denn die rot-blaue Muschel? Vielleicht hat sie jemand mitgenommen. Aber wir beide sind hier doch ganz allein. Hm, da ist sie ja. Vielleicht hat eine Möwe sie dahin gelegt. Oh ja, das ist natürlich möglich, Zeo. Sie liegt ja schon wieder woanders. Warst du das etwa, Puck? Und jetzt hat sich eine andere bewegt. Hey, komm sofort zurück, Muschel. Ich tu dir nichts. Hier, sieh doch mal, Opa. Die Muschel hat ja Beine. Na, also jetzt ist mir ja alles klar. Der Kleine da ist ein Einsiedlerkrebs. Die ziehen in eine neue Muschel, wenn die alte zu klein geworden ist. Dann sucht er sich ein neues Haus. Das heißt ja, dass er sein Haus auf dem Rücken trägt. Also dann habe ich doch was für mein Projekt. Ich kann über den Einsiedlerkrebs schreiben. Ja, sicher, das kannst du, Zeo. Na toll, Krebse sind super. Er ist doch wieder zurückgezogen. Tja, in ein neues Haus zu ziehen, ist auch eine wichtige Entscheidung, Zeo. Ja, er nimmt nur eins, das ihm gefällt. Und das scheint ihm zu gefallen. Jetzt probiert er aus, ob er auch reinpasst. Das ist perfekt. In meiner Klasse wird sicher niemand was über den Einsiedlerkrebs schreiben. Das ist doch sehr viel interessanter, als über eine Schnecke zu schreiben oder über eine Schildkröte oder über etwas anderes. Das Thema ist super. Bis dann, kleiner Krebs. Du warst mir eine große Hilfe für mein Projekt. Jetzt werden wir mal die Muscheln nach Hause bringen, Zeo. Ja, aber vorher muss ich noch was machen. Wenn der Einsiedlerkrebs wieder wächst, dann kann er einfach in die hier ziehen. Das ist eine sehr gute Idee. Und jetzt, komm, wir gehen mal wieder zurück. Wir haben ja auch ein sehr schönes Haus. Hallo, ihr zwei. Vielen Dank für die Muscheln. Die sind ja wundervoll. Die werde ich ins Badezimmer legen. Und ich werde ein paar von den Kleinen zu den Pflanzen legen. Was meinst du, Zeo? Also, der Einsiedlerkrebs trägt sein Haus auf dem Rücken. Ähm, Zeo? Oh, entschuldige, Opa. Ich war gerade bei meinem Projekt. Weißt du was, Opa? Wir haben Glück, dass wir unser Haus nicht auf dem Rücken tragen müssen. Oh, ja. Darüber bin ich sehr froh, mein armer Rücken. Weißt du was, great! podcaste. Moj. Ho, 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 ho. 我們 sehr froh! No, intelligence. bitcoin 모든 D Beetle